Musik Am Heimweg in Weimar-Ehringsdorf, wo vor über 125 Jahren ein Steinmetzbetrieb ansässig war, befindet sich heute das Firmengelände der Ibotec AG mit zahlreichen Produktions- und Lagerhallen, Werkstätten, Laboren und Bürogebäuden. Die elf indirekt und direkt beheizten Drehrohröfen im Besitz der Ibotec zeichnen sich besonders durch die einfache und robuste Konstruktion sowie variable Durchsatzmengen aus. Neben den Drehrohröfen stehen bei Ibotec sieben Pulsationsreaktoren zur Verfügung, die mittels einer instationären Verbrennung verschiedenste Parameter beeinflussen und so neue Produkteigenschaften generieren können. Die laufenden Versuche und Produktionen werden durch die betriebseigenen Laboratorien überwacht. Als unabhängiger Entwicklungs- und Produktionsdienstleister für internationale Märkte haben wir ein Geschäftsmodell entwickelt, mit dem wir entlang des gesamten Produktlebenszyklus unsere Kunden unterstützen können. Unsere modern ausgestatteten Besprechungsräume bieten für Gespräche und Präsentationen eine angenehme Atmosphäre. Ob Sie als Kunde, Interessent oder Bewerber zu Ibotec kommen, rund um Ihre Belange werden Sie umfassend beraten. Auch die Mitarbeiter der Ibotec sind ein wichtiger Bestandteil des Erfolges. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 130 Fachkräfte in technischen und kaufmännischen Berufen. Ferner bilden wir Konstruktionsmechaniker, Industrieelektroniker, Chemikanten sowie Industrie- und Bürokaufleute aus. Flexible Arbeitszeiten, eine eigene Kantine und zusätzliche Sozialleistungen sind nur einige Beispiele, mit denen sich Ibotec zu einem attraktiven Arbeitgeber- und Ausbildungsbetrieb entwickelt hat. Ibotec Advanced Materials AG – wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bis zum nächsten Mal! hopping f driveway, geg empresas